Basisches Aktivwasser ist nicht nur aktiv durch seine Antioxidantien in Form von Wasserstoff, sondern es ist auch basisch. Könnte es aber auch zu basisch sein, z.B. wenn wir es zum Essen trinken? Was passiert denn eigentlich mit dem Magen-pH, wenn wir basisches Aktivwasser trinken? Unser Magensaft enthält im Wesentlichen das Eiweiß spaltende Enzym Pepsin und dazu Salzsäure. Um den Magensaft zu simulieren, verwendeten russische Forscher eine dort handelsübliche Acidin-Pepsin-Magensaft-Ersatzlösung mit einem pH-Wert von 2,15. Das hier Initial Catholite genannte Katholyt ist das basische Aktivwasser, von dem wir sprechen. Und bei diesem Test der Forscher Barki und Priluzki hatte man mit einem pH-Wert von 10,5 sogar einen höheren Wert gewählt, als man normalerweise trinken würde. Üblicherweise liegt der Trink-pH von basischem Aktivwasser zwischen 8,5 und 9,5, ist also sehr deutlich darunter. Fügt man diesem Magensaft-Modell nun die 100-fache Menge an Katholyt zu, ergibt sich eine Steigerung des pH-Werts im Gemisch um lediglich 0,03 pH. Fügt man dagegen nur die 10-fache Menge zu, was eher der Trink-Realität entspricht, steigt der pH-Wert nur um 0,01 pH, also praktisch gar nicht. Die Pufferung des Mageninhalts ist also so stark, dass der Säuregrad durch das Trinken auch einer großen Menge von basischem Aktivwasser nur in einem völlig vernachlässigbaren Maß verändert wird. Mit einem gewöhnlichen pH-Messgerät, das nur eine Stelle hinter dem Komma misst, wäre überhaupt kein Unterschied zu sehen. In normalen Trinkmengen kann man also basisches Aktivwasser problemlos zum Essen trinken. Bei krankheitsbedingten Mangel an Magensäure sollte man allerdings seinen Therapeuten fragen, wie viel man trinken darf. In diesem Sinne, guten Durst!